Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Neben mir begrüße ich unseren Trainer Markus Gisdoll und unseren Geschäftsführer Horst Held. Und bitte Sie, bitte Euch um Eure Fragen zum Spiel. Wer möchte loslegen? Marc Merten für den Geistblock. Herr Gisdoll, nach der Länderspielpause, wie sind die Personalien? Fangen wir damit mal an. Wer ist fit, wer ist noch nicht fit, wer ist einsatzfähig für Sonntag? Ja, das ist, glaube ich, insgesamt so das erfreulichste Thema. Wenn wir auf unser Personal schauen, klar haben wir den einen oder anderen Ausfall noch. Ich gehe auch gleich im Detail darauf ein, aber es hat sich jetzt natürlich einiges getan. Schon in der letzten Woche ja, als wir vor dem Spiel gegen Gladbach kurzfristig noch Marius Wolff dann dazu bekommen haben. Der konnte jetzt also die zwei Wochen auch mit uns gut trainieren und hat da schnell jetzt Anschluss auch an unser Team gefunden. Ist gut integriert. Seit dem Spiel gegen Gladbach habe ich, ich habe es aufschreiben müssen, weil es ein paar mehr sind, habe ich den Isau Jakobs jetzt wieder voll im Training, ja, der direkt eine Alternative auch sofort wieder ist. Genauso wie auch immer Reh ist jetzt seit einer Woche wieder im Training. Anthony kann sein Programm bisher problemlos durchziehen. Anthony Modest hat jetzt wirklich ein gutes Aufbauprogramm geleistet. Benno Schmitz ist wieder einsatzfähig. Das ist erstmal das, was die Veränderungen, was die Spiele angeht, die zuletzt ausgefallen waren. Aber Jonas fällt uns aber weiter aus. Jonas kann noch nicht trainieren. Er hat noch weiter Probleme mit dem Nacken. Aus dem Spiel gegen Bielefeld nach wie vor noch Probleme. Mit Sebastian Andersson ist es so, dass er planmäßig einsteigt heute, wie die Nationalspieler auch, dass wir heute alle auf dem Platz haben. Sebastian ist zurück und kann heute voll trainieren. Bei Andre Duda weiß ich noch nicht genau. Er hat einen Schlag bekommen im Länderspiel. Das müssen wir uns noch anschauen. Wurde gestern behandelt, muss ich aber heute noch abwarten. Und mit Marco Höger und mit Savas Estic haben wir gestern zwei angeschlagene Spieler dazu bekommen im Training. Marco hat ein bisschen Probleme im Knie. Das sieht eher nach einer leichten Bänderverletzung im Knie aus. Nicht so schwer und bei Savas eher muskulär. Vielleicht aber keine größere Geschichte. Und dann noch Robert Woloder, der ja als Kontaktperson 1 sich in Quarantäne verabschiedet hat. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen aus aktueller Sicht. Es war ja auch viel zu berichten, zu verändern und zu wahrzunehmen. Aber größtenteils positiv. Christopher Limperopoulos für Sky. Eine Frage für Horst Held. Wie sieht es aus mit Zuschauern? Können Zuschauer kommen? Gibt es da schon Neuigkeiten oder muss man noch abwarten? Wie sieht es aus? Heute Abend, glaube ich, gibt es absolute Klarheit. Aber wir hoffen und rechnen, dass wir eine volle Punktzahl erzielen können. Nämlich 300 Zuschauer, die wir hoffentlich ins Stadion bekommen. Das wäre schön. Davon gehen wir aus. Wir müssen abwarten? Ja, wir müssen abwarten. Heute Abend entscheidet sich das. Guido Ostrowski für Radio Köln. Herr Gießdoll, noch eine Nachfrage zum Kader. Sie haben Antonin Modest angesprochen, der ein gutes Aufbauprogramm absolviert hat. Wie weit sehen Sie ihn schon? Welche Rolle kann er für Sonntag schon einnehmen? Also ich sehe es so, dass er, nachdem wir oft schon thematisiert haben, großen Rückstand oder die Vorbereitung nicht machen konnte, jetzt drei Wochen lang von dem insgesamt für uns eigentlich geplanten vierwöchigen Aufbau, drei Wochen wirklich gut absolvieren konnte. Sehr fleißig, gewissenhaft die Dinge durchzieht, was wir da haben. Und er durchaus eine Option ist auch für den Kader fürs Wochenende. Auch wenn mir es lieber gewesen wäre, wir hätten die vier Wochen voll durchziehen können. Aber er hat sich da jetzt einfach auch ein Stück angeboten und macht vielleicht ein bisschen größere Fortschritte, wie wir uns da ausgemalt haben. Und das ist schön, das freut mich, weil einen guten Spieler kann man immer gebrauchen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, da sollte man auch nicht den Fehler machen, ihn jetzt in irgendwas rein zu jagen und danach wieder zu sagen, jetzt waren wir ja gerade in der Aufbaufase und haben ihn jetzt einfach zu früh in irgendwas reingejagt. Da müssen wir schon auch vorsichtig bleiben. Aber es ist durchaus eine Option für unseren Kader. Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger. Ja, es gibt ja auch noch einen Gegner, Eintracht Frankfurt. Die haben, glaube ich, kann man fast sagen, so ein bisschen Lauf auch, vor allem auswärts. Ich meine, die haben, glaube ich, von den letzten fünf Auswärtsspielen auch viel gewonnen, eins unentschieden. Wie schätzt man denn den Gegner ein, der ja auch immer sehr von der Physis kommt? Ja, die haben jetzt in der Saison, jetzt in der aktuellen Saison, die aktuell zählt, ein Auswärtsspiel jetzt gewonnen. Aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die sehr gewachsen ist, sehr, sehr reif, wie Sie richtig sagen, sehr physisch Fußball spielt, sehr körperbetont Fußball spielt, körperlich insgesamt auch stark und gut aufgestellt ist. Da musst du im Zweikampfbereich 100 Prozent dagegen halten. Und da weiß ich ja auch, was wir gearbeitet haben. Basiswerte von uns, viele Basiswerte von uns sind gut, haben wir deutlich verbessert. Da sind wir rangegangen an die Themen. Wir haben unsere Laufleistungen verbessert, wir haben unsere Zweikampfwerte verbessert. Wir müssen jetzt nur noch jetzt in Ergebnissen auch ummünzen. Aber die Basis ist vorhanden und deswegen weiß ich auch, dass meine Mannschaft auch in so einem Spiel gut dagegen halten kann. Aber da darfst du natürlich körperlich keinen Millimeter Preis geben. Das ist eine Mannschaft, die wirklich da starke Präsenz hat und auch gespickt ist mit guten Fußballspielern. Limbo, bitte. Herr Gissel, Sie haben ja einige neue Spieler. Und nach dem letzten Spiel gab es ja jetzt die Pause. Da hatten Sie auch gesagt, die Zeit wollen Sie natürlich auch nutzen, um die neuen Spieler entsprechend auch zu integrieren. Wie gut ist das aus Ihrer Sicht gelungen? Und was haben Sie jetzt für einen Eindruck vor dem Spiel gegen Frankfurt? Ja, ich sage mal so, ein Teil der Spieler waren natürlich bei Nationalmann schon abgestellt. Wissen wir, ist klar, es gibt auch nichts zu klagen, ist so. Aber ich denke ja jetzt auch speziell an, wenn ich sehe, Marius Wolf und Iso Jakobs. Zwei Spieler, die eigentlich für uns prädestiniert sind für eine Startformation, die wir jetzt beide einfach zwei Wochen auch miteinander hatten im Spiel, im Training und auch in den Testspielen jetzt. Das hilft natürlich, wenn du dann miteinander bist. Und auch wenn wir vielleicht jetzt manchmal nur 13, 14 Spieler im Training waren, dann hilft es aber auf jeden Fall mehr, als wenn du vielleicht nur sieben bist oder du gar nicht miteinander trainieren kannst. Deswegen, unter den gegebenen Umständen, die wir haben und die wir hatten, bin ich wirklich zufrieden, wie wir gearbeitet haben. Da sind wir gut in vielen Bereichen vorwärts gekommen und haben einige Dinge durchgespielt. Und es ist einfach für uns nochmal wichtig, zwei gute Tage zu haben. Ich bin auch ganz froh, dass wir Sonntag erst spielen. Dass wir nicht heute praktisch unser Abschlusstraining machen, sondern dass wir heute und morgen noch trainieren können. Jedes Training hilft uns, das ist ganz sicher. Und jetzt haben wir heute das erste Mal nahezu alle Spieler auf dem Platz. Und das ist gut. Marc, bitteschön. Ja, darin anschließend. Bisher, ich würde es jetzt mal so sagen, war es personell eher Flickschusterei. Sie mussten gucken, wen sie irgendwo aufstellen. Nehmen wir jetzt mal Elvis Rexbücher auf rechts außen. Das hat ja dann vielleicht nicht so gut funktioniert. Ist es vielleicht jetzt erst auch für Sie möglich, eine wirkliche Spielidee durchzusetzen und dann auch die Spieler auf diesen Positionen einzusetzen, wie sie sie entsprechend auch benötigen? Kann man das so sagen? Ja, irgendwie haben wir es schön formuliert. Es ist schon so, dass du natürlich Abstriche machen musstest in den ersten Wochen. Das ist ja ganz klar. Und das habt ihr ja auch richtig gesehen. Spieler, die für unser Spiel, Art und Weise, aber auch für fast alle Bundesligisten, ist einfach Tempo und Speed ein sehr wichtiges Element. Und wenn dir dann die Spieler ausfallen oder die nicht zur Verfügung stehen, diese Elemente haben speziell auch auf den Außenpositionen, dann bist du natürlich ein bisschen limitiert. Du musst ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Aber es war ja trotzdem ganz ordentlich, bis auf ein paar wenige Spieler, die noch nicht so gut gestartet waren in den ersten drei Spielen. Deswegen für uns ist es jetzt einfach wichtig, jetzt gut zueinander zu finden. Wir haben jetzt fast unseren ganzen Kader beisammen. Und ich freue mich auch ehrlich, dass wir jetzt so Kader-Möglichkeiten haben, die vor zwei, drei Wochen fast noch nicht denkbar waren. Und jetzt können wir wieder aus dem Vollen schöpfen und können natürlich viel von dem, was wir im Kopf haben, und deswegen, ich sage es richtig, die Spielidee natürlich umzusetzen, haben aber versucht, dann ein Stück anzupassen in den ersten drei Spielen, aufgrund von mangelnden Alternativen. Aber jetzt haben wir die. Und jetzt wollen wir auch daraus wieder Kapital schlagen, sodass wir die letzten Prozente dann auch hinbekommen, um dann ins Zählbare zu kommen, was Punkte angeht. Limbo, bitteschön. Und im Anschluss Uli Bauer für die Bild-Zeitung. Frage für Horst Held. Jonas Hector hat ja seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Wann hat er Sie informiert? Und vielleicht eine kleine Würdigung seiner Nationalmannschaftskarriere? Also informiert hat er uns im Trainingslager in Donau-Eschingen. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr, wann es gewesen ist. Aber der eine andere war ja auch dabei. Dann wird er das Datum finden. Wir haben da zusammengesessen und hat Jonas mich bzw. uns informiert, dass er ein Gespräch gehabt hat mit dem Bundestrainer und ihn da hingewiesen drauf hat, dass er da seine Karriere beenden möchte. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass sich das so nicht auf dem Schirm hat und finde es natürlich schon extremst beeindruckend, dass er beim ersten Spiel eingewechselt wird und von dann an jedes Spiel immer von Beginn an und glaube ich auch über die volle Distanz gemacht hat. Und das hört da nicht bei 10 auf und auch nicht bei 20, sondern da hat natürlich auch eine Menge Länderspiele halt. Also das ist schon eine grandiose Karriere, dass er sich alles intensiv erarbeitet. Er ist, glaube ich, in all den Jahren hier beim 1. FC Köln vorneweg marschiert und tut das nach wie vor. Er ist nicht umsonst unser Kapitän und wenn man dann so eine beeindruckende Nationalmannschaftskarriere hat, dann muss man erstmal den Hut ziehen in vielerlei Hinsicht. Ich finde es auch, so kennen wir alle Jonas dann, so eine Entscheidung im Stillen für sich zu treffen, auch im Stillen zu transportieren und da auch kein großes Bohrhaut aufzumachen. So haben wir ihn alle und kennen wir ihn alle und schätzen ihn auch, weil er den Fokus auf das Wesentliche legt. Macht es manchmal vielleicht den einen oder anderen nicht einfach, aber ich finde, dass er ein Mensch ist, auf den man sich 100 Prozent verlassen kann und der immer seinen Weg findet und für sich auch einen Weg gefunden hat, wie er in dem Fußballzirkus zurechtkommt. Also ich kann nur einen Hut ziehen für das, was er bisher geleistet hat und bin auch noch überzeugt, dass er das auch in Zukunft noch, vor allen Dingen jetzt für den 1. FC Köln ausschließlich mit guten Leistungen weiter so macht, wie er es bisher hier gemacht hat. Also wirklich beeindruckend, wie er agiert in vielerlei Hinsicht. Uli, bitteschön und im Anschluss, da ist Werner. Ja, nochmal einmal an Trainer Markus Gistul zu Sebastian Andersson. Wie weit ist er jetzt nach der Zeit in München? Konnte der so trainieren, dass er quasi voll einsteigt und auch im Kader stehen kann oder muss man da noch was abklären? Nein, soweit ist die Kommunikation mit dem Physiotherapeuten dort, dass er voll einsatzfähig ist. Er hat dort auch trainiert. Ich finde dann immer so ein Aufbautraining statt, ein Mix zwischen Behandlung und Arbeit auf dem Platz, auch mit dem Ball. Deswegen gehe ich davon aus, dass er voll einsatzfähig ist. So ist es aktuell kommuniziert. Lars, bitteschön. Nochmal ganz kurz zum Jonas. Der hat natürlich, wie wir ihn kennen, halt wirklich kein Aufhebens drum gemacht. Sehr unprätentiös, würde ich mal sagen. Das Ganze in der Pressemitteilung, die er gestern noch rausgeschickt hat, war weder ein Zitat vom Spieler selbst noch vom Bundestrainer. Gab es da sogar eine Bitte vom Jonas, dass da Herr Löw dann nichts sagt? Nein, das ist mir nicht bekannt. Ich glaube, wir wollten da auch schnellstmöglichen ein Statement rausgeben und hat vielleicht auch zeitliche Problematiken gehabt. Und ich glaube nicht, dass der Bundestrainer nicht bereit gewesen ist, ein gutes Wort für Jonas darzulegen, sondern einfach, dass es zeitlich nicht funktioniert hat. Und vielleicht auch der Bundestrainer in dem Augenblick, was einfach nicht erreichbar gewesen ist, ich würde das eher so vermuten. Aber ich glaube, wenn Sie ihn anrufen würden und fragen würden, dann würde er immer ein gutes Wort über Jonas aus der vollen Überzeugung her sagen. Es hat einfach zeitlich wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich glaube, es ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Er wird sicherlich Gelegenheit haben. Ich glaube, wir haben ja noch eine Länderspielphase, dass er dazu dann nochmal was sagt. Und in der Kürze der Zeit, weil das vielleicht auch nicht möglich ist, aber auch, denke ich, nicht so schlimm. Es gibt keine weiteren Fragen mehr. Marc, dann zum Abschluss. Ich weiß nicht, mal schauen, ob das der Abschluss ist. Aber Herr Gießdoll, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Sie jetzt so in diese Situation kommen, mit der Mannschaft auch dann vollständig arbeiten zu können. Sie haben mit Sicherheit aber auch mitbekommen, dass natürlich der Druck auf Ihre Personen sich ein bisschen erhöht nach der bekannten Zahl nicht gewonnener Spiele. Wie gehen Sie persönlich damit um? Und was setzen Sie sich persönlich für Ziele jetzt in den nächsten Tagen und spielen? Es geht gar nicht um mich, es geht gar nicht um persönliche Ziele. Wir wissen, was wir hier angefangen haben vor dieser Saison. In der letzten Saison haben wir unser Klassenziel erreicht. Wir wollen auch gar nicht mehr groß über irgendwelche Serien oder irgendwelche Dinge sprechen, weil wir mittlerweile acht oder neun neue Spiele in unserem Kader haben, die mit irgendeinem Rückblick sowieso gar nichts anfangen können. Das wird Ihnen auch gar nicht gerecht. Ich kann sagen, dass wir die ersten drei Spiele gut analysiert haben und dass wir da definitiv unsere individuellen Fehler abstellen müssen. Das hat zu Punktverlusten geführt. Ich denke an Elfmetersituationen, die wir aktuell leichtfertig produzieren oder produziert haben. Ich denke aber auch an die Einfahrantore, wo wir Bälle hinter die Kette zugelassen haben. Diese Sachen haben wir gut und intensiv aufgearbeitet. Und wenn wir da immer weniger Fehler produzieren in der Richtung und unsere positiven Eigenschaften im Spiel nach vorne, im Umschaltspiel wieder besser reinbringen können, dann werden wir auch punkten, weil in der Basis vieles stimmt. Tobias Gonczarowski. Warten Sie bitte auf das Mikrofon. Wie hat sie denn seine Entscheidung überrascht? Oder wie hat es ihr begründet, ihn gegenüber? Ja, es ist ja so, dass Jonas, wie Horst gerade schon gesagt hat, natürlich seine eigene Art hat. Und die wird auch von uns sehr geschätzt. Er ist unser Kapitän und unser Anführer und hat das oft wirklich auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und wenn ich mit Jonas dann, oder wenn er mit uns spricht und uns seine Beweggründe mitteilt und dann wir darüber sprechen auch, dass das eine Sache ist, die auch unter uns bleibt, dann halten wir das natürlich auch ein. Und das respektiere ich auch voll und ganz. Er hat da nichts mehr zu beweisen gehabt in irgendeiner Form, sondern er hat seine Karriere wirklich bisher, ich sage mal fast als vorbildlicher Profi, immer absolviert. Er hat hier immer Gas gegeben, solange ich ihn jetzt hier kennengelernt habe, hat er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, in keiner Form. Und von uns kriegt er da jegliche Unterstützung in jeder Form. Und wenn er sagt, wir sprechen darüber und ich sage euch, warum ich so verdenke oder warum ich so mache, und es bleibt auch unter uns, dann bleibt es auch unter uns. War das eine Meldung, Jürgen? Gut. Marc? Noch mal kurz zum Kader. Die U21 spielt am Sonntag parallel, der geht es personell gerade nicht so gut. Wie wird es da aussehen mit Abstellungen? Ist da schon was besprochen? Nein, weil es ja tatsächlich auch so ist, dass wir heute das erste Mal jetzt miteinander alle trainieren können und ich dann auch schauen muss, wer für den Kader zur Verfügung steht oder nicht. Aber wir werden es sicher normalerweise in gewohntem Umfang machen, dass wir Spieler dann abstellen können. Aber ich halte immer nichts davon, einen Spieler zum Beispiel zu sagen, du musst in der U21 spielen, sondern das ist für uns, für mir, immer natürlich auch ein Angebot, sich dort anbieten zu können, wenn er keinen Kaderplatz findet in der Profimannschaft. Dann ist es immer eine gute Chance, Spielpraxis zu gewinnen und das kann jeder Spieler von uns dann auch wahrnehmen. Natürlich wollen wir bei den jungen Spielen noch mehr darauf drängen und das ist fast eine Selbstverständlichkeit. Aber auch ein Spieler, der vielleicht mal aus einer Verletzung rauskommt oder längere Zeit nicht im Kader war, kann bei uns jederzeit auch in der U21 spielen. Aber es ist jetzt tatsächlich zu früh, ich kann es noch nicht nominieren, aber es wird bestimmt noch was stattfinden.